ja hi und willkommen mein name ist dann die rolle b und ich begrüß euch zurück zu let's play king nummer harz 3 im letzten fall werden wir dem finalen boss sehr not erledigt und das ending angeschaut und ja ich stehe jetzt hier und hinter mir steht auch was das ist ein kampftor so wie wir es im schlüsselschwert friedhof gefunden haben und ja ich habe hier folgende nachricht bekommen als ich das spiel geladen habe nach dem finalen kampf und ja diese dinge haben sich jetzt überall in den ganzen welt mehr verstreut und wir müssen die wir müssen nicht aber wir können lieber alle suchen und finden und das habe ich auch gemacht ich habe die offscreen schon gesucht und mir alle notiert wo ich noch mal finden kann 14 stück habe ich gefunden und ich habe mich ein bisschen im internet so schlau gemacht ob man die bosse noch mal wieder bekämpfen kann nein also ja das habe ich ein bisschen enttäuscht also mini spielmäßig gab es ja so viele sachen zu erledigen aber optionale bosse ja ein optionaler boss wartet glaube ich im vierzehnten kampftor aber ich glaube nicht dass es irgendwie eine story relevanter boss ist oder so also ich habe mich da aus Versehen schon ein bisschen gesponert aber das ist jetzt auch nicht so tragisch finde ich jetzt wenn es ein bisschen tragisch hat für die ganzen boss kämpfe nicht noch mal neu machen können also ja ich glaube hinter diesen dingern warten einfach nur so wellen von herzlosen und so und ja das ist ein bisschen schade deswegen habe ich irgendwie so hoffnungen hat irgendwann die als sie es kommen und so aber ja mal schauen bei final fans zu 15 kommen wir bis heute noch die jetzt ist auch schon zwei drei jahre alten soll jedenfalls wir sind jetzt hier drin ich habe offscreen noch ein bisschen geschmiedet mir fehlen nur noch vier gegenständig schmieden muss und ich strecke mich mal jetzt ein bisschen und ja durch dann das ultime schwert geile und ja dann habe ich geschmiedet und das ist richtig abgefahren kommen wo es noch kommen wo es noch situations groß richtig gute sachen und ja ich glaube schon voll hoch gelevelt und ja damit trocken wir jetzt hier die ganzen dinge weg habe ich fertigkeits punkte mäßig ja das habe ich abgestellt gut gummi von weit habe ich mir noch gemacht weil sie man nicht mal das hier sein soll der gegner schmieden spielrekord und foto halben fehlt uns noch was wo ich nicht weiß ob man irgendwie kompletieren kann also jedenfalls schmieden habe ich alles hergestellt bis auf vier sachen das sind waffen für dollar im kofi und habe ich auch nachgeguckt wie man die erstellen kann und man bekommt belohnungen aus den kampftoren und diese muss man benutzen um bestimmten gegenstand her zu stellen und ja in den sinne sage ich dann wir gehen mal da rein und fangen jetzt endlich mal an die ganzen dinge ja ab zu stauben sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein oder außer schwierigkeit geht jetzt hier noch voll möhre nach oben also ja einer zwei sind im olymp und da ist der erste und ich gehe sie alle nach der reihen ab also erst 1 2 3 4 5 6 sie macht noch 10 also 13 14 jetzt kommt wahrscheinlich ein extra part weil da ein optionaler post wartet und ja dann gucken wir mal wie hat hier so los geht jetzt ab geht so und ich mache eine menge schaden ich habe so blöde effekte wie ultima form zeig mal wir kriegen noch nicht oft wie ihn eingesetzt also war es eine spielung an die überform kommt nicht langsam und ja damit gehen wir irgendwann mal in den finalen kampf und versuchen sehr noch zu verdreffchen da ich gesehen sie keinen finalen dingen hiervon ich habe hier doch aber wo ich meine ganzen schlüsselschwerte teile naja so schwer schaden kriegen wir jetzt hier nicht also geht es jetzt das erste dinge aber trotzdem der spieler wird natürlich meine da bin ich ein bisschen schade also wir können ich auch so bekämen müssen keine optionalen bosse so data falls oder irgendwie so weit feuer knöpfe geheimer bricht 1 ein dokument mit sehr wichtigen informationen kann sie auf den gummi vorlesen aber ist das letzte dinge weil uns da fehlt ich überlege gerade wie weit ist das jetzt bis da oben hin bis ganz da oben hin zu zeus ist so was habe ich habe persönlich konnte wo es wäre den schaden deiner blog und um 50 prozent ja nicht aber egal aber bricht aber bricht 1 erinnerungen bin ich am leben ich mache den erzähl auf ich war allein bis die forscher kamen mit ihren test und nicht enden wollen fragen ist also mal rausfinden welche ich bin hätte keine antwort für sie gerade vier freunde und einschlüssel das war alles was mein gedächtnis her gab ich konnte mich nicht mal an meinen namen erinnern man hatte mich dort einfach x mein einziger trost war die beiden jungen die mich von zeit zu zeit besuchen um mit mir zu sprechen vier freunde und einschlüsse sich war es kann man um mich aus meinem gefängnis zu fallen er trug eine augenklappe ok mehr konnte ich in der dunkelheit nicht erkennen selbst jetzt jahre später fühle ich mich keinen schritt weiter ich weiß noch immer nicht wer oder was ich bin würde mein herz der schütze seien der mich leitet verpasst auch unbekannt ok oder ist jetzt hier die eine die gefehlt hat bei diesem treffen mit mit luxo und den anderen und er hat sich das ist immer noch schockierend für mich da habe ich gemein ich glaube irgendwie ja siegbar ist luxo also dort hätte ich jetzt nicht gedacht ich habe irgendwie mich mehr darum gekümmert wer der meister aller meister war und ich habe irgendwie gerechnet dass siegbar irgendwie was mit dem zu tun hat also war er ja auch aber ich habe gedacht sie sieht bald wer vielleicht der meister aller meister wegen weil ich deren charakter sieht irgendwie ähnlicher aus so und ja dann kommt auf einmal luxo und sagt hey ich bin siegbar aber meine theorie die ich im dream drop distanz vor jahren schon erwähnt habe ist eingetroffen siegbar ist irgendwie noch ein bedeutender bösewicht als sehr an ort wie es aussieht wenn king mal irgendwann weitergeht dann wird siegbar wahrscheinlich der bösewicht sein keine ahnung und die anderen weil wegen diesem schachspiel ja sehr neu ja kurz hat ja wieder hier so ein neues spiel angefangen mit sieben ich glaube sieben schwarzen figuren und eine weiße man die sieben figuren sind hier die die vorteilers hier ich weiß nicht wie die auf deutsch nummer heißen hier diese sie alle diese masken tragen luxo und meister aller meister vielleicht weißt du dass die böse möchte keine ahnung jedenfalls kampf noch mal zwei theoretisch ich mag so richtig über theorien so und klinge mag so theoretische theorien über kinder marx hier aufzustellen ich habe nur leider niemanden mit dem ich über king max reden kann das ist ein bisschen beruf also niemand den ich kenne hier jetzt jetzt so für kinder marx was ich voll doof finde früher aber jetzt nicht mehr weil wir sind diese der kinder lesen fall nervig macht macht dicke schaden jetzt wir haben echt ein schwert landwerke auch gerade die ec soll es ja noch geben in diesem spiel irgendwann ich hoffe die werden so recht bringen ich will optionale kämpfe also allein schon so ein modus mit dem man alte bosse bekämpfen kann wer schon gut also wenn sie wissen ist das schon einführen dann wird schon zufrieden damit haben sie irgendwie weiß nicht verkackt weil selbst ging gemacht 1 hatte schon weil nicht 3 4 optionale poste in der normal version das bedeutet hier die sie leisten und sich voll schnell aufladen glaube ich vielleicht mal dinge zu einsetzen was okay ich kann auch maximum okay das noch erleben ich nehme an ich habe alles spielrekorde oder so ich habe fast alle trophäen in diesem spiel ich habe eine von wenigen trophäen ist noch die dass ich irgendwie ich habe eine trophäe ist noch irgendwie so auf level 99 springen muss denn hier mit dem gummi vor nur einige sachen ja also alle gegner finden und so alle sachen geschmiedet ich glaube das sind jetzt nicht so sachen die jetzt so schwer zu kriegen wenn ich vor nur noch vier sachen schmieden nehmen an die letzten gegner finde ich hier in dingen in den kampftoren und ja dann müsste hat eigentlich schon bald voll sein und dann sehen wir vielleicht auch die platentrofäe ja und screen jetzt hat und wer gesagt wenn ich kann der rand voll hoch werden kosmischer gut plus einmal bricht 2 so ist es in twilight town vor dem herren haus nicht besonders schwer die dinge zu finden also bei einigen habe ich mir so gedacht an diesen orten werden vielleicht welche sein oder so also ja hoch mal die zeit da bin ich mal ein paar fp bekommen leute dann habe ich zwei weiter prüfungstagebuch sage ich zu meiner reise aufgebrochen um mich auf die meisterprüfung vorzubereiten sind einige tage vergangen ihre kurs hat darum gebeten freigestellt werden um die gleiche pilgerheiser zu unternehmen doch mir scheint ob liegt es mir als erste die welten zu bereisen die in den alten mädchen erwähnungen finden bis vor wenigen jahren kannte ich nur meine eigenen meine eigene welt ein fleckchen er das war mehr umgeben war ach was hatte ich von der welt jenseits dieses horizont geträumt ja nicht nach ihr gesehen mit hilfe aus der zukunft lädt sich schließlich dieses lässt auf den langen weg bis an der seite meines meisters kam ich mit der dunkelheit in allerlei formen berührung schon damals wusste ich ganz instinktiv so erschreckend ihre kraft auch war man konnte sie für sich nutzbar machen sie meistern er küsse von hoher abstimmung er geht zurück auf die allerersten meister aus dem zeitalter der märchen aber ich bin nicht so weit gereist nur mich seiner feierlich kunden hinzugeben ich werde es ihnen gleich tun im ebenbürtig sein und diesen zweck muss ich lernen die kräfte geboren aus der dunkelheit und aus dem licht gleichermaßen zu beherrschen sehr okay ja das war ein bisschen offensichtlicher und fehlt hier noch spiele rekord rohr gott ewigkeits kreis ich gegner spielen jemand dafür ist auch nicht so viel keine ahnung ja ich weiß was die gegenstände sind die ich brauche für spiele klamotten aber ich muss das je nachdem wie viel ich bekomme vielleicht ein paar mal mehr machen so nein weltkarte ja wir haben jetzt hier extrem hoch und der satz dinge ist hier für echt so gut wie gar keine optionalen bosse man hat gar keine optionalen bosse außer jetzt im kampf tor 14 also da finde ich ein bisschen doof jetzt guckt ich meine die ganzen optionalen bosse platz 1 und 2 jahren und hier ist ja gar nichts fast so schlimm wie chain of memory ist also ok dream dort ist uns hat er auch nur ein optionalen boss aber dann guckte meiner beruf bei sleep an und da alles hat sehr mysterious figure no hard rüstung von herrkurs war richtig krass heute da ist hat es die erste noch ein rang zwei waren ein man die vorigen auch schon mal zwei ich weiß es nicht ja das mal sehen hey niemand das sagt wie schnell wir hier hoch haben hey euch hat man auch noch gar nicht ja wo seid ihr in der story gewesen einfach von donald wo ihr seid ja noch nerviger als in die zweiten teil das ist auch so eine sache wie dieser normale gegner mäßig haben sie voll gute herausforderungen zu gemacht aber was mit posten und so das finde ich ein bisschen doof haben schon jetzt man sieht ja hat jetzt backen kriegen die poste und so was alles zu machen aber wir dann doch lieber schon so echte kämpfen haben aber wenigstens die post hier wieder bekämpfen kann ich mein komisch an ich bin gleich auch schon ich teleportiere mich zu ihm egal ich habe dir noch gut ja wunderbar das brauche ich da brauche ich dunst kristall müssen noch mal erledigen ich glaube ich brauche zwei von den dingern naja da ist doch mal noch mal den kampf machen was ich auch spiel machen machen wir jetzt noch kommen da ist sich so lange gedauert so jedenfalls gleich mal bricht drei experiment im herzen und die zum subject ex auszug 1 das objekt ist weiblich etwa 15 jahre sie war kurz nach sonnenaufgang beim forum in der mitte stattgefunden nach sieben tagen beobachtung sprach sie ihre ersten worte muss sie jedoch ihre namentlich das objekt weiß symptome einer tief reichenden amnesie auf und zeigt besorgte interesse ran welche welt es sich befindet ihr worte darauf hin dass sie ihre heimat wird zusammen mit ein paar freunden verlassen hat und die namen ihrer einzigen gefährden kann sie sich jedoch nicht erinnern alle bemühungen dieser erinnerung in ihr macht suchen sind auf heftige ablehnung gestoßen anziehenderweise städte seine nachversorgung über das herz ein nachdem er anfänglich experimente an mir durchgeführt hatte es gelang mir nicht zu ergründen was genau der grund war doch irgendwas machte mir machte ihm angst aber dieses neue mädchen ist genau wie ich es gibt keine erinnerung es ist das perfekte versuchsobjekt um die arbeit meines meisters fortzusetzen und davon sollten sie auch profitieren indem sie ihr herz erforschen haben wir einen direkten zugang zu ihren erinnerungen ich selbst habe bereits fortschritte dabei gemacht meine verlorene vergangenheit dank dieses experiment zurück zu werden wer ist sie wohl kommt sie dies sind die fragen die keinen wissenschaftler einfach ignorieren kann das gleich gilt für die worte die sie vor sich heben und möge dein herz der schüsse seien denn ich leite sehr an ort aber diese eine in den pinken klamotten ja ich nehme an das ist sie ich nehme an das irgendwie hat mädchen über das excel und seix geredet haben und ja mir ist aufgefallen habe ich mir den ganzen cutscene sind die aufnahmen mal geguckt habe voll viele fragen wurden voll überhaupt nicht beantwortet also das ist ein problem also blöde kiste von dem jeder wissen wollte was da drin ist wenn man ich auch da drin ist dieses mädchen was excel und seix geredet haben auch keine ahnung und wen die da geredet haben also haben wurden so viele sachen hier offen gelassen also wird ja nicht machen hallo wir warten hier 15 jahre oder so haben wir warten hier so 12 13 jahre dann irgendwie weiß ich werden die ganzen sachen die ja erwähnt wurden nicht gelüftet das finde ich ein bisschen doof also kommt schon und jetzt so machen einfach der luxor der tor irgendwie so eine karte geben so ja das könnte irgendwann das blatt wenden weil sie war jetzt damit auf sich gab es mal auch nicht also leute da geht so nicht spät aus und so aber trotzdem ich würde auch gerne mal einige frage beantwortet bekommen irgendwie habe ich nur so fünf fragen beantwortet bekommen und zehn weitere sind aufgetaucht also schlimmer hat noch nicht in irgendeinem anderen klima hat ich hätte von dem ich nicht so weiter geht jetzt bist du natürlich weg da ist klar ich habe den verhauten dahinten noch ja ja ganz spiel war von anfang bis ende gut nur am ende haben sie dann so ein bisschen weiß nicht nachgelassen finde ich das tut mir irgendwie weh dazu sagen also erst irgendwie alles richtig gut angefangen mit dem kampf gegen aqua und dann beim aqua gegen vanitas also als richtig gut angefangen glaube ich kriege jetzt auch ein dunst kristall ich habe jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht ich glaube ich krieg nichts mehr ich krieg nichts was ich verarschen frau zwei von diesen dingern spielzeugkisten oder finale boss war galaxy toys eingangen habe ich mir notiert na wo der finale boss war das erst mal vier gewesen am anfang am eingang also ich werde jedenfalls notieren also ich werde schon so weise nicht notieren damit mein zukünftiges ich das auch verstehe also da wo der finale boss war verstehst du es immer das überhaupt ding sehr magie spart kombo ich gar nicht nachgeguckt jetzt okay das irgendwie so mogi shop ich kann ja noch mal nachgucken aber ich glaube ultima war voll hoch geballert ja ihr seid niemals wache plus natürlich jetzt mal datier sterne sonst kristall jetzt wo ich noch so ein dingen ja und vier also hier hat man da irgendwie die bosse reinpacken können jetzt mal ganz ehrlich gehst du rein und dann bekämpft die bosse noch mal wenn man was will ich bin zu normalen herzlosen jetzt mal was ich mit dem macht vom tod ist er nicht und bleiben sie doch ein bisschen mehr was wir machen können kann man nicht vorstellt hat so schwierig ist zu programmieren die bosse noch mal hier rein zu packen mit ein paar mehr hp und angriffskraften also was also kann man jetzt nicht vorstellt hat so schwer ist das zu programmieren okay was soll man machen so ist das spiel herausgekommen die hoffnung hat die lc ist das alles noch ein bisschen verbessern ja gut ich meine freiheit wenn sie 15 hat ja unglaublich viel die lc ist noch ausgemacht jahre nachdem das spiel herausgekommen ist bitte vielleicht ist jetzt hier auch der fall nicht auf jeden fall gut weil er hat mich durch diesen einkampf vorhin gerade noch mal gemacht habe und nicht in den kristall bekommen hat wer habt ihr habt gar nichts jetzt habe ich weiß ja auch dachte du bist ein gegner ja mal schon mit diesen dingen wieder finale licks hier einmal bricht vier vielleicht ob ich jetzt irgendwo anders und uns kristall herne aber eine frage ist jetzt weiß wenn ich jetzt genau wenn ich jetzt für einzelne dunst geschreibe kommt für den anderen noch eins was ich dann wenn ich mich jetzt entscheidet zweimal eine niemals wache plus herzustellen kann ich ja nicht mehr in die manns wache 1 herstellen wenn ich den dunst geschreibe haben für ballert hat für weit anderes also keine ahnung ich habe noch nie ein final licks da habe ich jetzt kriege ich ja viele sachen es war es mit jedem aufeinander folgen wirken ja mein gott das ist nicht genau was ich hier noch alles gebrauchen kann attraktionsbuch vorm änderungszeit plus ja ich tue die ja sowieso immer sofort einsetzen also du hast mal ein bisschen mehr gut nächster bericht zum subjekt x auszug 2 erinnerung des subjekts sind nicht zurückgekehrt und meine gespräche mit ihr blieben überwiegend unklar die fragmente die ich in ihr äußern ernehmen kann wecken vollstellungen an einer vergangenen welt eine welt aus einem märchen so unwahrscheinlich ist auch scheint die frage ist womöglich nicht wo sie von wo sie kommen sondern wo von wann wenn sie wirklich eine reise durch die zeit hinter sich hat ist die aussicht ihrem herzen etwas greifbares und lockt sein umso verlockt nach mein erster experiment hatte ich an einer handvoll versuchsobjekte durchgeführt doch keines von ihren war stark genug um sie zu ertragen letzten endes brachen alle unter der physischen belastung zusammen ich wusste es wäre ein schwerer schlag ein einzigjähriges versuchsobjekt wie sie aus den gleichen weisen zu verlieren das meister dahinter kam dass ich dieses test durchführte verlangt ist dass ich meine arbeit sofort einsteller und ergebnisse meiner forschung zerstören was jedoch noch schlimm war er veranlasste die freilassung von bei dem versuchsobjekte auch sie ist weg wo ist objekt x jetzt hat an zum mein weiser meister sie irgendwohin versteckt sehr nord das war noch sehr neu also seine erinnerung nicht mehr hatte und habe ich denn jetzt hier wieder kommen man willst du von mir habe ich denn hier neues was soll ich niemals wache bohr nehmanns besieger und dann gruppe gerade ausgerüstet ispray und bewusstlos schutz überheilung da jetzt eigentlich auch nicht ich meine meine ganzen begleiter tun relativ selten frecken außer dieses ein wie ich ja in armen wir brauchen jetzt noch hier neue gegner niemand beschwören okay ja jetzt am eingang ne ja ich glaube am eigenen hatte na vorgekrieg war war nix ehrlich okay und wir sollen dann ein viech in ahren der dieses marshmallow der eisgigant wie der fakt irgendwie so gut wie immer also weiß ich nicht irgendwie wie viel hp 300 hp oder so auf 400 er schafft irgendwie die ganze zeit zu folgen also da verstehe ich mich sagen fünf kommen es hat nicht mal an ihren schwer also bin ich ein bisschen lächerlich also haben schon hey die typen wieder ich krieg ja schaden aber aber ich habe die ultima form gott sind ja richtig paketentanz gott wir auch mit dem angriff der voll nervtötend ich wollte mich jetzt eigentlich nicht so an den brand hinfurtieren du bist weg ich bin so langsam ne doch das hat alter wir sehen wie schlecht damit feiern kann vom feuer frei sind wir noch im leben ok weiter ja auch mit diesen angefangen noch nicht da reingehen vielleicht auch lieber wie ich da reingehen ich bin die eine jetzt vielleicht auch mal öfter einsetzen wenn wir schon weiß nicht so speedrun angesehen und der tat wie nur eingesetzt da donald meteoriden hagel es hat oh mein gott gott wissen wir könnten wir jetzt hier an den tag ja gut auf meine verwandlung sehen auch so ein bisschen schaden macht ich kann da rein gut nicht aussehen ein ding zu nutzen wir sind ja überall ja ich merke ich gerade überall in die einsteigen tanker ist sehr fiktiv checker und normalen sind noch nicht effektiv gegen was okay ich dachte jetzt bei einer ausgestiegen checker in die fasse wie gedacht stelle hat wird haben wir auch blitzknöpfe und gleich mal bricht fünf selfie pose handflächen groß hat selfie pose okay wieviel da war hat jetzt hat fünfte das jetzt noch 56 78 durch die algen ein paar wachen naja wieviel dinge hier bekommen damit magie zufüllen sie werden kommen neuer bericht geheimer bericht morgen auszug 1 das schloss war für uns kinder wie ein wunderland innerhalb seiner morgen betrieb anzünderweise seine forschung um die früchte die sie trugen erlaubten es allen außerhalb der schlösser des schlosses glücklich und in frieden zu leben dieser umstand allein reichte uns aus unser interesse zu wecken doch nicht alle gerüchte die von dort draußen gelangten fressen gutes beinacht waren es dumpfe stimmen der wehklagen von menschen aus fleisch und blut die man des schlosses durchdrang man erzählte sich von gefährlichen experimenten ihren menschen durchgeführt werden lie und ich konnten sogar gar nicht anders als einen plan zu spielen wie wir schloss einringen unsere neugierde befriedigen können die beiden gestalten die von den tor und wachen standen waren selbst forscher eigentlich kaum zu glauben wenn man sie so sah sie waren groß breit und kräftig an diesem duo vorbeizuschleichen war aber die erste würde und sie erwies sich nicht leichter als sich nicht als leicht zu überwinden kaum hatten sie uns bemerkt packen sie uns an den ohren und war für uns hinaus wieder und wieder in den tagen nehmen es uns endlich gelangen in das schloss einzudringen stiegen wir die langen wendeltreppe an einen herzen hinunter und schließen die dunkle ganz reifen käfigen es war nicht hell genug um zu sehen ob sich daran jemand befand und einfach die dunkelheit nein zu rufen um uns zu vergessen war uns ja nicht möglich dennoch konnten wir sie deutlich fühlen eine präsenz aus der schwarzen tiefen angst und schrecken überkam muss und nach und noch im selben moment bräuten wir unser kommen gerade als wir uns umdrehen und zufrieden vernahmen wir eine leise kaum hörbar stimme wir lang davon laufen wir überwältigen doch jemand oder etwas wirkt und winkte und zu sich und dort standen sie um rahmen von einem schwachen licht zeigt okay entscheidet jeder ball ein bisschen manchmal hat hier alles ja okay und immer noch nach kona da sind zwei dann reicht glaube ich für diesen partner aber nächsten part den rest und dann in einem anderen part noch der letzte mit dem optionalen boss wo der kutschen boss war und startgebiet des turms aber kurz getrunken sie läuft nicht mehr mit langen haaren umkommen schon warum ich wird ich hoffe wirklich die lcs tun so ein paar schwächen hier aus bügeln in diesem spiel also haben schauen ja ich sage gleich mal speichern man weiß ja nie ich muss über ski und speichern nein aber rapunzel mit langen goldene nahe noch da haben wir 46 wir haben jetzt weil ich sieben er will oder so willkommen geht weg so startgebiet hier war das ne ja ja alle sieben watt falsch reihenfolge okay das ist der siebte dreck muss er sich noch mal 6 doch finden soll ihr töten bevor wir schnell ging das jetzt hier auch für eine situation ist für ultime halte blitz k ultima form wenn man nicht vorstellt man auch immer hier auftaucht und geschwäger wir als roboter das spielzeug kiste und sie sind schon ganz schön nervig nämlich fragt level 99 dieses spiel zu erreichen das ist so einfach wahrscheinlich irgendwie so viel erfangst und kriegen und so schnell hochleveln aber ja irgendwo stehen euch auch okay dann nicht irgendwo stehen wo ich noch alles treffe also so einfach nicht man hier und da ist vielleicht mal nah dran zu verhecken da war vielleicht auch ein ultime also wollte man ganz schön stark die situations ding ist ja schon ein bisschen proben wir flächen angriffen die ich hier alle machen die form hier du noch jemand war den über verteilt muss ich alles zu den einzelnen rennen und den bericht den lesen war immer in sechsten bekommen haben erstmal in sechsten lesen schuldigung und die aus der falsche reihenfolge genommen aber der kutschenboss ist das ist jetzt nicht so schwer zu finden glaube ich was war nicht den genauen weg dahin aber ja schon finden so 47 45 wir waren aber schnell jetzt hier richtigen trennen vor sehr ruhig wenn wir schon ein paar lieder irgendwie so von kindermals angehört hier auf youtube und überall finden sie so kommentare hey maybe we find some ingredients around hier bei so unter jedem lied irgendwie so ich habe irgendwie so weil ich das finale boss kampf thema noch mal angehört bei youtube und dann kommen wir mal solche kommentare richtig gut war der magster frankfurt ja jetzt wollten wir die brauchen wenn ich dann der optional was richtig übelst stark weil ich also ging mal hat es schon immer mit seinen optionalen bossen geschafft hier und frustration und so zu erzeugen also vielleicht ist irgendwie der optionale boss ja richtig übelst hammer schwer aber ich glaube es ist irgendwie nicht so ein story post oder so aber es ist einfach nur so ein herz oder so da bin ich immer doof also kommen schaden schon bei dream drop distance blöd hier der einzige optionale boss gegen den man kämpfen musste weil irgendwie so ein disney boss gegen so weiß ich nicht wie es ja normal lucius fand ich ein bisschen dämlich und jetzt sieht sich aber doch ganz schön der part ich war gar nicht so lange ja und die erste hälfte von diesen dingern sitzen aber ich bin jetzt gar die ganze zeit einsetzen war durfte ich nicht mal einschlag sind die weg und wir kriegen 1000 erfahrungspunkte irgendwie so ich hier gerade bekommen schon krass kommt jetzt meinstchen dieses gebiet ich dachte ich wäre irgendwie in der nähe hier war jetzt kommt auch noch antivirus und ploppt auf da habe ich euch so weit denn jetzt war ich weiß nicht wo das war aber bis euch es ist keine zeit für euch man wenn ich da irgendwo jahre ja da noch ein antivirus verpiesel licht und ja müssen wir müssen ja hier müssen wir gegen boss kämpfen trotz kauf endlich mal noch nicht lang gedauert weit da habe ich wie die sind schon wieder passiert da habe ich noch vollkommen aber ich habe mich an was ich damit an wie sie oder wo wir uns hier ist jeder hier tot außer donald das macht irgendwie keinen sinn also kannst du auch mal frecken und wie bekommt ihr ja gar keinen schaden ich verarschen da habe ich mir eine kuppe moment zu abziehen ich kriege das freie aber wissen hat schon wieder passieren hatte ich abdingen wieso wieso welchen davon erledigt ich habe doch hier dieses einheit nicht bekommen muss nicht kaputt gehen kann bestart aber mehr der macht die ganze zeit schaden naja das ist ja noch taug ich hab klappen da möchte so einen blöden pferd erlebe ich das ist doch ja nicht das hat das wird von schwerter näher geschützt ja ja da wollte ich eigentlich nicht ansetzt wird die bombe einsetzen aber okay jetzt man jetzt ein war zieht hier ein ding nun machen wir ja der story mensch bin ich kein einziges macht direkt und dann kommt ihr so blöd wie ich nicht mich kaputt warum er die lindel und erwerben eine verwandlung schaden ja da jetzt kommt er noch mal hier bis seit jetzt macht magie in diesem spiel schaden ja komm herr mich losgehen vor wie blüte ist er hätte jetzt gerne ja diesmal habe ich das kommen sie in die fresse ihr so uns kristall aufhören hat ich bedone als waffen glaube ich wird man hat auch erledigt wann und so ein zwei kills dann kriege ich auch ein level ab also stellt sich mal hier ein zum killen aber gleich speichern durch neue berichte lesen wenn die es um irgendwie gehen soll diese eine von den vorteilern ja im pinken klamotten und weil sie nicht katzen oder meine katze als die hatte das tiermaske abgestiegen wo bin ich ein bisschen schon von da kam ich da muss ich glaube ich hin ja wir haben es irgendwann speichelpunkt sein kommen ja da perfekt gut ich bekomme die ganze zeitfertigkeitspunkte trotz kopf her damit ja nichts da was haben wir hier gar nicht mal 67 ja morgen auszug 2 es war zu dunkel um ihre gesichtszüge zu erkennen mit gewünften stimmen flüssen wir zu ihr wer war sie brauchen sie ja eingesperrt doch sie hat keine antworten parat hatte keinerlei erinnerung sie waren sein rätsel doch ich wusste dass ich ihr helfen wollte und so versuchten wir immer wieder ins schloss einzudringen doch meistens wurden wir von den burgshorn gestoppt und es blieb bei dem versuch es uns aber doch gelangt ins innere vorzudenken sprachen wir mit ihr das war der einzige trost den zwei kindern die wir bieten konnten aber liebte andere sind sind er war entschlossen sie zu befreien und so schlichen wir uns jeden tag ins schloss einzig getrieben von den verlangen sie zu retten zu wollen das von ganzem herzen aber wir werden weder an diesen noch am nächsten tag oder bei einem unserer nächsten besuch konnten wir sie wieder finden und sie wurden das hingepacht hatten sie uns hatten wir sie uns einfach noch eingebildet leo und mir war klar das ist nur ein weg ganz sicher zu sein und so stehen heute vor dem ton schloss nicht als kinder die sich unerlaubt zutritt verschöpfen sondern um die neuesten leerlinge von anzen der weise zu werden über projekt replik und reanimation nach meiner auslöschung und nachdem ich wieder ein vollständiger mensch geworden war erwachte ich nicht sofort gleich war der schaden einfach zu groß selbst nach seiner wachung für mich im bett und dachte zunächst darüber nach wie ich nun weiter vorgehen sollte wer nicht für die organisation am projekt replik gearbeitet habe habe ich etwas 20 gefäße geschaffen die ersten ergebnisse meiner arbeit waren fast durchwegs misserfolge nicht ein gab ich eine nummer der erste greifbare erfolg dieser früheren versuche war repliko es folgte schien nummer eins die im grunde nicht mehr von echten menschen zu unterscheiden war auch wenn sie durch den eifers unserer letztlich anderer letztlich instabil wurden ich nahm diese beiden als grundlage und arbeitete daran eine reihe von nahezu perfekten repliken zu konstruieren gerade als vorher feststellung stand fand meine bewegung auf einmal wurde meine bemühungen auf einmal gestoppt ich vermute es sehr nur sowohl die ersten beiden als auch die über unbenutzten repliken meiner späteren bemühungen für sich verwenden will dass ich mich heute erhob beschloss ich meinen ersten ausdruck seiner seit grauen mal zeit zu machen und zum forum zu gehen doch meinen spaziergang wurde je unterbrochen als sich überraschender besucher als eine überraschende besucher auftaucht mir unerwartete angeboten machte obwohl er jünger war als ich war es war ja zusammen das rechte hand aufgestiegen ich akzeptierte seine bedingungen wurde erneut ein niemand das machte es leichter zugang zu den alten projekten replik zu halten was tut man nicht alles um etwas wieder gut zu machen wechseln ja keine ahnung ich habe irgendwie hat gefühl keine hat irgendwas mit aber zu tun oder vielleicht ist sie sogar aber keine ahnung da kann aber irgendwie auch nicht sein weil aber weiß ich nicht aber ja break ist also sieht bei slugs also ja irgendwie ist alles mittlerweile wieder möglich ne gut ja ich würde sagen wir in dem partie in den nächsten part machen wir die andere hälfte der kampftore und ja da war ich ein dapad qualm bitte hinterlassen kommentar wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten vor allem wieder geschenkowski ja ja ja